Nur nach Hause, nur nach Hause. Und das ist natürlich da kein anderer. Wenn neben mir Paul McCartney steht, den ignorieren sie. Also es geht nur das eine Lied. Ich habe aber, glaube ich, zehn andere, die wollen sie. Wenn die das nicht wollen, kannst du dich auf den Kopf stellen. Das ist eine Hymne und die entsteht so langsam. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Jetzt fahren wir in die Musikstadt Markneukirchen. Das ist gleich die Dachbarstadt. Aha, Markneukirchen, ja. Weil ich habe erfahren, dass deine erste Gitarre eine fahren muss. Ja, stimmt, stimmt ja. So ein flaches Brett. Und da kommt die Gitarre her. Und da gibt es ja so eine schöne, sage ich mal, eine tolle Verbindung. Ja, das war meine erste. Die erste war eine Wanderklampfe. Also ganz zu Anfang gab es eine Geige. Na ja, also so alleine in der Küche rumfiedeln und Sefcheck. Und da gibt es so Etüden. Und das war so trostlos. Es war auch so ein bisschen dünner. Es gab kein Sound, sondern man musste üben. Und irgendwo, ja, war ich im Schulorchester. Aber es war nicht so befriedigend. Also die Mädels hatten dann meistens einen Blockflöt. Super, ich muss mal die, so Fiep, nicht? Und ich auch noch Tiedel, Tiedel, also der große Spaß war es nicht. Und zu Weihnachten irgendwann bekam ich die Gitarre. Na ja, das war mein Instrument. Und das ist einfach so. Weißt du die eigentlich noch? Die erste, ja, ja. Die habe ich noch. So was hebt man ja dann immer gerne auf. Ja, ja, die habe ich. Die ist dann aber langsam zerbröselt. Aber ich habe auf jeden Fall noch so ein Teil davon und den Steg. Und habe die dann elektrisch modernisiert. Da gab es Bananenstecker, wissen wir es nicht falsch. Und mit dem Radio, ne? Elektrisch. Habe dann geübt. Zu meiner Zeit. Haben sich früher viele Verstärker draus gebaut. Ja, ja, ja. Ja, ja, natürlich gab es Verstärker. Da gab es so ganz kleine. Und zum Skiffeln. Damals gab es eben nur Jazz, also Modern Jazz. Dann Rock'n'Roll ja auch noch nicht. Und Skiffel, ne? Und zur Erklärung Skiffel, das ist ein Tonnen Bass, ne? Mit einer Schnur und Stock, ne? Der hat den Stock so gezogen. Es gab dann so die Begleitung. Und dann Gitarren. War keine große Verstärkung. Und dann wurde geskiffelt. Also Lonnie Dunnigan, oder was damals so bekannt war. Also Rock'n'Roll und da kamen alles viel, viel später. Du hast ja deine erste Truppe, da hast du doch Schlager gesungen, oder? Ne, ne, die erste war Skiffel. Ne, ne, das war ein Skiffel. Ach so. Ja, das war ein Skiffel, Gloomy Moon Skiffel Group. Ja. Da hattest du noch eine ganz andere Stimme gehabt. Ja, ja. Die Stimme kam erst durch Überanstrengung. Ne, die war dann mitunter und hab dann immer digital. Es waren so eine Geschrommel. Und das war also eine lustige Sache. Und da gab es Jugendclubs. Es gab ja noch keine Discos. Und wir waren auch noch, ja, unsere Mädels waren also immer irgendwo am Lagerfeuer. Und ich weiß, mit der Gitarre hatte ich dann doch ein paar Punkte mehr. Ich merkte, wie die Mädels mal dichter kamen, wenn ich irgendwelche... Ich hatte es irgendwie, die Haustochter und der Chef natürlich auch immer Dings. Und ich sagte, los, Hosen runter. Na, aber doch noch nicht hier. Ich sagte, nein, das ist nur das Ding hier runter. Das ist schon ein blöder Berliner Ausdruck. Ich gucke mal raus. Ja. Oh, ja. Zur Eiche. Ja, kann man aushalten. Nicht schlecht. Und die sammelt es ja ins, ne? Aber das mache ich dann dort. Ja, ja, ja. Ach, schön. Ach, die Ruhe, das tut ja richtig weh. Das ist man gar nicht mehr so bewohnt, oder? Nee, nee, ja, ist wirklich. Gerade jetzt, abgesehen jetzt von eurer Baustelle, aber du hast ja Feuerwehr, die fahren, die Straßenkasse. Ja, bei uns ist wirklich immer eine Menge. Toberbau. Ich habe nur, wenn wir auf die Bütze sind, eben das Glück, wirklich ganz oben zu wohnen, eine schöne Wohnung und dann das Wellenrauschen, nicht im Winter. Aber so, das ist ja auch was. Ja, also die ist... Das wird abends dann mal noch mit angestrahlt. Ja, klar. Was ist denn? Bismarcksäule ist das. Die Bismarcksäule, ja. Ja. Packen wir es, ne? Wir haben ja noch heute ein großes Vorhaben, ne? Ja. Roadtrip-Interview mit Frank. Grüße. Guck mir ja entgegen. So, genau, weil wir in Magneukürchen sind und weil du ja wirklich auf jeder Jacke diese Pins trägst mit den schönen Gitarren. Ja, die Gitarren, die sind... Habe ich eine sogar aus Magneukürchen, das könnte sogar eine Framus sein. Oh. Und ich glaube, die ist sogar aus DDR-Zeiten noch. Oh, ja, so sieht das hinten aus. Ja. Ja. Das ist ja witzig. Eine Gitarre, ja, ich sammle, weil das... Klar, Mickey Maus. Aber Gitarren machen sich ganz gut. Und außerdem ist es immer ein Grund, mit einem zu sprechen. Ach, das ist aber eine Gitarre. Und ich sage, ja, ich bin ja auch Gitarrist und so. Und auf jeden Fall gibt es sofort eine Verbindung. Ich habe sogar eine goldene Nase. Ich weiß ja nicht, was... Sieht aus wie ein Zahn, ha? Nee, nee, ist eine Nase. Eigentlich, ne? Ist ein bisschen klein, aber ist eine Nase. So, der Frank hat mir eine Gitarre geschenkt. Hier. Da. Da. Und die werde ich mir irgendwie anbinden. Ja.